Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Origins. In der letzten Folge haben wir das Grabmal von Nofretete betreten und sind durch ein merkwürdiges Portal gereist und nun wahrscheinlich im Totenreich gelandet. Im Reich von Nofretete, da ist ihr Temple und hier ist alles sehr merkwürdig, alles sehr schön, aber da sind auch Riesenskorpione. Dann noch irgendwelche Amun-Schakal-Kämpfer, die uns die ganze Zeit ans Leder wollen, also nicht ungefährlich, aber krass anzuschauen. Habe ich hier eigentlich mein Pferd nur höherort entdeckt? Palast der Herren der Gnade. Habe ich so rumfett. Wow. Das ist der. Geil. Wenn ich es überhalten darf, wäre geil. Was ist das denn machen? Müsste absteigen. Oh. Ha. Oh. Es bin ich kaputt. Hamburg. Vergiss sich allein. Her. Moh. Wer fährt dieses Boot eigentlich? Das ist schön. Ich wollte jetzt nicht ungern eure Leibgarde ausschalten, aber... Oh, falsch. IT nicht verfügbar, toll. Toll. Äh, ne. Dann ist es ja nicht. Oder doch? Ne, es sieht anders aus. Ich kann jetzt hier anscheinend... Ja, mal ein bisschen was verbessern. Hm. Hm. Habe ich denn das ganze Eisen auf einmal her? Ja. Ist ja krank. Kann ich das da locker machen eigentlich? Projekt Komet. Okay. Ich denke, du bist ein Kugutis. Hä? Warum habe ich da jetzt so viel? Kriegt man bei denen so viel? Oh. 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 Ja. Oh. 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 Ich geh jetzt hier rein. Ich weiß, sollte ich da wirklich durch den Vordereingang gehen? Ich weiß, dass ich das nicht so gut bin. Das ist die Werkstätte von Neufritäte. Hochgelobte, vielgeliebte Herren der zwei Länder, Herren aller Frauen, Herren des Nils. Die Lofredita, die schien sehr beliebt gewesen zu sein. Die Lofredita, die schien sehr beliebt haben. Dieses Relikt. Es wurde Neufritäte gestohlen. Du kannst das nicht zum Tempel bringen. Nicht, wenn die Opfergaben verdorben sind. Sie würden Hathor beleidigen. Was ist verdorben? Das Trankopfer muss rein sein. Im Wasser siehst du dein eigenes Gesicht. Doch im Wein das Herz seines Gartens. Äh, toll. Okay, das müssen wir wahrscheinlich dann auch noch mit angehen. Robin, hä? Etwas wurde der Pharaonen gestohlen. Ich möchte es zurückbringen. Du gehörst hier nicht her. Dein Fleisch ist unrein. Mit Blut besudelt und von Trauer verzehrt. Du kannst Neufritäte nicht besänftigen. Ich muss es versuchen. Dann tauche tief in das heilige Wasser ein. Okay, dann muss ich hier wahrscheinlich noch ein paar Rituale mitmachen. Du stehst vor uns. Die Pharaonin ist nicht zufrieden. Du willst ein Relikt von Neufritäte auf einem Teller mit unreinen Opfergaben darbieten? Du beleidigst die Götter. Diese Vision ist die Beleidigung. Ich will sie richtig stellen. Dann reinige die Opfergaben. Die, welche die Götter auf ihrer heiligen Barke ernähren. Okay. Wir müssen halt diese drei Rituale erfüllen. Im Endeffekt scheißegal was wir an welche Reihenfolge machen. Zerstöre die Gefäße mit dem verdorbenen Wein. Dahinten. Hau! Woh! Wo ist die Dinge? Wo ist die Mende? Wo ist die Mende? Was ist das? Woa! Woa! Eee! Bisschen paar Scherben sammeln Eee! Eee! Du kommst mit, Alter! Und vielleicht doch! Was war das denn für ne Aktion, ey! Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Oh ja! Zu spät reagiert, mein Freund! Woa! Ha! Nichts ist ihr! Was ist das? Hä? Der ist schon wieder... Das ist nun leider ein anderer. Miese Kreatur. Der ist schon wieder... Tut Moses Geheimnis. Ich habe eine Skulptur von solcher Perfektion erschaffen. Ihre Schönheit ist absolut makellos und ewig. Doch unter diesem Schatten der Symmetrie, unter den scharfen Wangenknochen und der noblen Braue liegt die Wahrheit. Das verstehe ich zwar nicht so gar nicht, aber okay. Okay, ich muss irgendwie nach unten. Ah. Können wir das auch dazu? Okay. Okay, da sind die Gefäße. Okay. Okay. Das habe ich nicht gesehen, mein Freund. Oh. Ich muss jetzt mal die ganzen Schlangen hier ausmerzen, ey. Es tut mir zwar leid, weil Schlangen finde ich eigentlich sehr cool, aber... Wenn sie mich hier umruhen können, ist das wieder egal. Also cool. Viele aber auch einen. Ich habe mich immer gefragt, wie sie sich ernähren. Hier in diesen dunklen Räumlichkeiten, diese Schlangen. Aber jetzt... Ja. Die Ratten sind ja auch da, also was soll's. Die sind ja auch da, oder? Ja. Ja. Ich habe den brauchst. Schüt. Oh Hä? So? Oh Buffs hier nur nicht Übertreiben sonst Keine Ahnung Wow Knappe Sache, was? Ah! Wie lebt er noch? Heft Wow 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 Habe ich hier nicht gesehen So Vergiften, ne vergiften wir sie nicht Habe ich Habe ich Habe ich Habe ich Schön Dann können wir jetzt wieder gehen Waren War zwar Eine sehr repetitive Mission Aber kann man mal machen Soviele zwischendurch die sieht einfach so geil aus gerade hier ja und mit dieser aussicht würde ich sagen wenden wir mal wieder die folge und ja wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder logischerweise und da machen wir dann noch diese anderen rituale um uns komplett zu reinigen dann noch quasi dass das trank nicht das trank opfer sondern das nahrungsopfer und dann wahrscheinlich noch die selbstreinigung bevor wir dann noch frittete gegenüber treten dürfen ja mal sehen in der nächsten folge machen wir das doch bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen tag bis dahin ciao